Die gemeinsten Frauen laut Sternzeichen. Und bevor Sie herausfinden, wer es ist, liken und abonnieren Sie meinen Kanal. Und wir beginnen. Das erste Zeichen ist Zwillinge. Mädchen, die im Sternzeichen Zwilling geboren wurden, sind für ihre Doppelzünglichkeit bekannt. Zwar handeln Vertreter dieses Zeichens in vielen Fällen nicht aus Bosheit, sondern aus Zufall abscheulich. Zweites Zeichen ist Wassermann. Vertreter des Wasserzeichens sind ausgezeichnete Manipulatoren. Sie verstehen es, eine Person zu einem für sie vorteilhaften Verhalten zu zwingen, und beenden dann ohne Gewissensbisse die Beziehung. Und das dritte Zeichen. Sie erraten leicht die Schwächen anderer und nutzen gelegentlich geheimes Wissen, um daraus Nutzen zu ziehen. Und das ist ein Skorpion.